Ladies and Gentlemen, Dark Souls 2. Ja, die Liebemess ist gestorben. Ja, es tut mir leid, aber ja, jemand muss sterben. Und das werde nicht ich sein. Schon schön, schon schön, wenn man keine Gegner hat. Also, ich liebe es, ich liebe es. So, was ist da? Was? Illusion? Wo Illusion? Wo? Lüg nicht. Aber jetzt wird es natürlich nicht einfacher. Nein, es wird schwieriger. Das ist gut, das ist gut. Ich brauche Gegner, ich brauche starke Gegner. Und ich so, Skorpio, was ist Skorpio? Jetzt fällt nur noch Tarantula, ne? Und dann habe ich alles gesehen. Naja, Tarantula sind okay. Ich mag Spinnen. Oha, Türen des Pharaos. Oh nein. Na toll. Oh scheiße. Aha. Ich kenne den doch. Warte mal. Üff. Wie hat er so viel Leben? Oh. Oh. Er blockt. Er kann sogar blocken. Scheiße. Nein. Nein. Doktor. Doktore. So. Oha. Oha. Üff. Er geschrien hat, ob es kein Morgen gibt. Schon schön. Hallo Manfred. Hallo. Willkommen. Oha. Nein. Oh mein Gott. Okay. Ich hab... Nein. Geh weg. Oha. Oha. Er rennt. Oh nein. Nicht nicht. Heil. Schnell. Hallo Britney. Willkommen. Gegenstand. Jirim Grim. Großschild und alter irdischer Stein. Schon schön so. So Steine und so. Prismastein. Ja. Überall Steine. Das ist schon geil. Gefällt mir. Wirklich. Leuchtfeuer. Wo bist du Leuchtfeuer? Ah hier. Ja. Mir geht es gut. Wie geht es euch? Ja. Mir geht es gut. Ja. Ja. Es stürzt ab und zu. Ab dieses scheiß Elgato. Ich weiß auch nicht was das Problem ist. Aber. Naja. Ich hoffe. Es wird nicht abstürzen. Damit wir nicht schneiden müssen. Wir müssen sowieso schneiden. Aber halt. Ihr wisst schon. Was ich meine. Eiii. Oha. Okay. Okay. Also der macht schon Schaden. Oha. Schnell schnell schnell. Oh man das. Pfff. Oh. Okay. Kein Problem. Er sieht schon cool aus. Hamti damti. Okay. Ups. Ich mache gute Komplimente über dich. Und du. Hä. Willst mich beschneiden. So. Und jetzt kann ich da. Aha. Da. Ne. Was ist da drin? Oh mein Gott. King Kong. Er hat schon King Kong Style. Das Spiel. Aber definitiv. Aber definitiv. Soll ich? Oder soll ich nicht? Warte. Überlegen wir mal. Ähm. Ich glaube da ist was drin. Wo man brauchen kann. Komm. Scheiß egal. Man lebt nur zweimal. Oh. 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 Nein. Fuck. Scheiße. Sick der. Das wollte ich nicht. Oh nein. Jetzt einen umsonst verbraucht. Gelogen. Betrogen. Kommt er durch? Niemals. Aber er macht schon Schaden. Also ich muss sagen. Oh. Okay. Oh nein. Oh. Das kann. Ich kann nicht hinsehen. Tschüss. Fast gestorben. Was ist los ey? Hä? Wen schlägst du da? Kennst du? Oh nein. Warte mal. Meine Waffe. Was sieht denn? Also jetzt. Stirb du Schiff. Warte. Kondition. Kondition. Wo bist du Kondition? Ferien. Wie es aussieht. Ja. Es gibt Sachen die sich nie ändern. Oh Mann. Jetzt habe ich ein Faro-Dings verbraucht. Für nichts. Wie viel kostet das? 4.000 Seelen. Tschüss. Was ist das Spanien Spiel? Oh. Oh. Spanien. Madrid. Nein. nur Madrid. Barcelona. Geh weg. Ja. Hier gibt es sehr viele Faro-Dingsbums. Und. Ich bin eher der Cleopatra-Typ. Deswegen. Äh. Ja. Da kann man sich schon ein bisschen irren. Gelbes Kraut. Juhu. Gelb habe ich noch. Ich hasse Gelb. Aber naja. Ah. Was ist das? Ah. Ich verstehe. Licht. Wo Licht? Wo? Wie komme ich da hoch? Aha. War ich schon beim Leuchtfeuer? Ja. Ich war. Das ist gut. Weil sonst. Nicht gut. Jerem Axt. Fackel. Was haben wir da? Aha. Naja. Das ist jetzt halt schon ein bisschen blöd, wenn man nicht weiß, was da so drin ist. Ne? Ja. Dann ist ein bisschen blöd. Genau. Da kann man sich nicht entscheiden und kann gut alle verbrauchen. Diese Faro-Dingsbums. Wie heißen die überhaupt? Pharao. Du musst mal lesen. Oh. Was das? Ratte. Oh. 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 Gut, fängt hier gut an. Willkommen in der Hölle. Genau mein Geschmack. Was haben wir da? Ja, also ich bin, ich mag dieses Gebiet nicht so, weil ich weiß nicht, was wo drin ist. So verwirrt, ne? Ist auch schön so, ne? Man will, dass man verwirrt ist. Aber ich mag das nicht. Ich habe gerne, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Alles. Leben geht aber schnell runter. Und wie? Voll. Voll, wirklich. Oh, scheiße. So. Es kann nur einen geben. Wo gibt einer? Wo? Was ist das? Nein, nein, nicht. Schlüssel und dann unten. Na, soll ich? Okay, halt. Ich mache. Nur weil du es bist. Ist das eine Falle? Aha, da unten ist was offen. Okay. Mal schauen. Was es gebracht hat. Nein, nicht runterfallen. So. Okay, jetzt geh mal runter. Ich komme wieder. Aha, das hat sich geöffnet, oder? Ich glaube. Ja, ja. Muss. Ich glaube, naja, gehen wir mal so. Oder? So eng. Ich habe sowieso Platzangst. Wenn alles so eng ist, ist das nicht schön. Fallstein, glitzernes Titanit. Oh. Oh. Schon schön. Okay. Dankeschön. Gratis. Wenn gratis, ist es schön. Wenn nicht gratis, ist es nicht schön. Weil wenn es gratis ist, ist es gratis. Oh. Okay. Aha. Und jetzt? Oh. Habe ich das übersehen? Ich blinder. Oh. Verzerrte Barrikade. Seele eines stolzen Ritters. Ja. Schon interessant. Ich habe nur noch zwei Flakons. Ich bin... Was ist das? Lauf langsam. Aha. Oh. Oh. Ich habe es gehört. Jetzt weiß ich, was das ist. Oh. Guck mal. Die bewegen sich ja. Schon unheimlich. Fast. So. Abfall. Ja. Ich muss ein bisschen sauber... Hier ein bisschen sauber machen. So geht das gar nicht. Falle deshalb nicht hier. Gift voraus. Okay. Wir alles nicht anfassen, bitte. Nicht anfassen, Canem. Canem Benem. Canem Benem. Was haben wir da? Pharao. Oh. Pharao. Pharao ist überall. Ja. Das Gebiet der Pharaos. Guck mal. Drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 15, 20. Schon viele Pharaos. Pharao, Pharao, Pharao. Wagt es ja nicht. Okay. Nur weil du es bist. Okay. Das lasse ich auch nicht anfassen. Das Spiel ist genug schwer. Man kann es sich noch schwieriger machen. Wo schwieriger? Wo? Oha. Was sind das für Paletten? Hä? Wie mit dem zusammenschlagen. Er will mich nicht töten. Er will mich nur zusammenschlagen. So Köpfen. Ist schon schön eigentlich, wenn man bedenkt. Truhe voraus, aber Vorsicht vor Feind. Oh. Oh. Truhe. Habe ich da Truhe gehört? Habe ich da Truhe gehört? Ich bekomme Gänsehaut. Wo Feind? Ich habe keine Feinde. Aha. Öh. Guck mal. Zwerg. Ich mag Zwergen. So, Handschuhe bekommen. Was ist das? Vorsicht vor Feind. Äh, Falle. Wo Falle? Ich kenne keine Falle, bitte. Abfall. Alter, was ist los? Bin ich der Müllmann oder was? Ist ja auch schön. Sehr schöner Beruf, aber... Hurra für Pferde. Nein, ich stehe nicht auf Pferde. Ich mag Esel. Ja, Esel ist schön, aber Pferde? Ja, ja. Alle Tiere sind schön, aber ich bin der Eseltyp. Ja, definitiv. Wie erkennt man bei Truhen, ob Freund oder Feind? Ja, das würde ich auch gerne wissen, wenn du das weißt. Ja, ich glaube, die atmen oder so, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Hier. Wo hier? Nein, nein. Lass ihn. Ah, guck mal, was da ist. Horror. Bosskampf. Mit einem Estus? Niemals. Schaffe ich nicht. Ich schaffe schon, aber... Backstep. Oh nein, Leute, wir müssen... Gibt es hier eine Leuchtfeuer oder so? Wäre schon... Oh mein goodness. Paradies. Guck mal, vor dem Boss. Aber der ist optional. Ja, ja. Aber das bedeutet nicht, dass ich ihn leiden kann. Er muss bezahlen. Da pisst jemand. Okay. Ja, ich gehe mal... Ah, guck, von da bin ich gekommen. Ja, das heißt Boss Time, Ladies and Gentlemen. Are you ready? Ja, also zuerst mal ein bisschen beten. Gut für die Knochen. Ich glaube, der ist auch giftig. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Scheiße. Habe ich da etwas Schönes? Was Giftresistenz vielleicht erhöht? Nein. Brauche ich nicht. Ein Mann kämpft ohne sowas. Ja, noch. Ja, noch, noch, noch etwas. Wir haben da noch Zauberbarriere. Gegen was war das? Hüllt den Körper in einer magischen Barriere. Erhöht die Resistenz gegen Magie, Blitz, Feuer und Finsternis. Dieses Wunder soll den Wirker mit einer Fehlensrüstung schützen. Es war unter den Zauberrittern von Mira weit verbreitet. Das bedeutet was? Nichts gegen... Äh, Ding. Wie heißt das? Ihr wisst schon. Gift. Ketten anschauen. Ja, ich weiß nicht. Es gibt bestimmt Tricks, die ich nicht kenne. Ich hoffe, es gibt sie. Oh, shit. Oha. Schon giftet. Vergiftet. Wann bin ich vergiftet worden? Trink schnell. Ei. Und was ist das? Nochmal Gift. Oh nein, ich bin tot. Okay. Nicht schön, aber naja. Wieso wird das so schnell vergiftet? Okay, okay. Ich habe eine Idee. Fuck. Ich habe eine Idee, Ladies and Gentlemen. Kein Problem. Doktor hat immer einen. Oh, guck mal. Wie viele Segler habe ich da? Gar nicht gesehen. Benutzen. Benutzen. Gratis. So, jetzt gibt es Tote in diesem Gebiet. Oder? Jetzt, äh, first try. So, diese Scheißhunde. Oder Ratten. Ich glaube, Ratten. Geh weg. Oh nein, schon wieder vergiftet. Du willst mich verarschen, oder? Oh mein Gott, ich bin tot. 6.000 Seelen weg. Ihr seid gestorben. Wo bin ich gestorben? Lüge nicht. Ich nehme nicht an, sowas. Hey, wieso bin ich tot? Wo ist Resistenzgift? Ich trinke auf mich. Okay, gut. Das bedeutet Krieg. Dark Souls. Jetzt zeige ich euch Dark Souls. Ihr Scharmutas. Nein, nein, nein. Kondition. Ui. Okay. Oha, guck mal, wie viel Liebe verbrachte. Macht schnell. Ciao, finish. Drink, Sam. Drink. Drink, Sam. Land, Sam. Du machst mich so aggressiv. Okay, gut. So. Jetzt schaffen wir es. Mit links. Ssss. Ei. Was ist? Was ist? Oha. Gut. Komm, komm. Alter, trink mal ein bisschen. Eine Stunde braucht er. So, jetzt schaffen wir es. Ich fühle, ich fühle. Fühlt ihr auch? Fühlt ihr? So, stirb. Penner. Du. So, bisschen Eier. Oha. So. Kein Problem. Oha, ich treffe nicht. Nein, ich habe viermal nicht getroffen. Wie kann das sein? Ist echt, also. Ab und zu. Oh nein. Es tut mir leid, dich zu töten müssen, aber. Oha. Ei. Mach schnell, mach schnell. Ich glaube es einfach nicht. Eine Stunde braucht er. Eine Stunde. Oh mein Gott, ich treffe nicht. Oha. Die Waffe ist zu kurz. Definitiv. So. Ruhe bewahren. König. Du bist König. Oh Gott, ich sterbe. Das ist mein Untergang. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh scheiße. Das war so was knapp. Ich bin, ich bin gestorben. Er lebt noch, aber ich sterbe. Mann, Moroku, du triffst auch immer. Null, null. Ich treffe. Ja, jetzt. Du Ratte. Oh nein. Oh mein Gott. Ich kann nicht gucken. Kämpf du weiter. Ich kann nicht gucken. Okay. Oha. Oh oh. Oh oh. Das ist mein Tod. Ich fühle. Nicht zu. Nicht gucken. Nicht gucken. Oh scheiß Gottes Hand. Nein. Nein. Tod. Du. Das könnte hart werden. Nein. Wieso. So ein Mist. Oh. Stress das. Oh scheiße. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Wo gut. Er trifft ihn. Was ist los? Er kann nicht. Ich bin zu schwer. Definitiv. Ich kotze gleich. Nein. Ohne scheiß. Ich kotze gleich. Aha. Oh Gott. Wir schaffen das. Ich fühle. Er sieht gut aus. Er sieht gut aus. Oh scheiße. Wie er trifft dieser Hund. Wo Ratte? Wo? Oha. Okay. Gut. Hey. Nein. 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 Warte. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Aha. So. Oho. Gesessen. Wie kann er nicht treffen? Ich kotze gleich. Alter. Guck mal jetzt. Wie er nicht trifft. Oh nein. Ich bin tot. Bin ich tot? Oh mein Gott. Oh. Trink. Bitte trink. 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 Eine Stunde braucht. Was? Genießt du? Was ist los? Horror. Oh. Jeder Treffer. Oh nein. Noch ein Treffer. Wir haben es geschafft. Es kann nur einen geben. Ihr habt gesiegt. Ja. Königliche Ratten. Scheiß habe ich bekommen. Und Ratten. Pipi. Oh. Auch schön. Noch nie gehabt. So schön. 15.000. Wow. Wow. Awesome. This is awesome. Ja. Schon schön. Wenn man es schafft. Wenn man es nicht schafft, hasse ich das Spiel. Wenn man es schafft, liebe ich es. Gut. Jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt. Was jetzt? Ich weiß, man kann unten ja dort weitergehen, ne? Aber. Was ist da? What is this? What is this?